hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge borderlands the pre-sequel mit den mr wanvalpe so wir sind hier auf elpis weiter unterwegs jedoch haben wir in der letzten folge motivationsposter gesammelt die wir jetzt auch noch verteilen müssen es klingt so nach einer billigen aushilfe oh ja wir sind der praktikant richtig und wir mit aber sagen wir so nur in den nebenquests sind wir die praktikanten in der hauptquest verfolgen wir unsere eigenen ja direkt wahrscheinlich ich brenne alle können roboter eigentlich brennen bei lava wobei der lava hitze aus was bin ich denn überhaupt aus argon oder aus krypton also wenn du aus argon wärst dann äh wirst du ziemlich äh vergast sind die elemetalle eigentlich gasförmig nun nein es gibt klein kein metall was gasförmig ist das wäre auch ein bisschen äh blöd wie war das mit diesem deadlift wieso willst du dass er stirbt er ist irgendwie ein blöd mann sonst nichts naja er hat auch meinen mond sowie die stratschlüssel geklaut mich hier sitzen lassen und wurde ausfallen als ich ihm sagte dass ich nicht auf typen stehe hauptsächlich weil er ein blöd mann ist wenn sonst nichts ist haben wir von anfang an nicht so koscher aber egal jeden seins scheiße welche idee oh mein gott ich bin ja psychos oder den 2 hey kannst du das machen wie konntest du das machen der psycho werden ja einfach bei frauen tausch einschalten verstehe ich verstehe ich ja praktisch und teilweise noch eigene ja ich glaube da war eine automatische waffe dabei automatisch ja ich bin der absoluter unfreund von pistolen allerdings wenn diese automatische waffe genau so seine ist mit der ich so schnell kann ziehen kann wie der abschuss wie mein finger ist dann bringt mir das auch nichts also du magst lieber repeater oder wie ja ja halt automatische automatik waffen und dann auch eine mit explosiv schaden kann man noch automatisch ganz wie du willst du musst die kammerjäger töten die auf dein schiff wollen verpiss dich sagt ich lass mir doch von keiner tossi was befehlen die mich eingebuchtet hat sie sagten deine sprungpads sind dämlich ich werde sie vernichten warum oh mann ey diese charaktere in borderlands immer wir hätten uns ja geben können aber ich bin der meinung nein hyperion muss muss rache üben ja also von daher entschuldigung nischer achtung atmosphäre von weil das ja so schlimm ist es ist wirklich ist wie zum beispiel es kann brennen wenn wir vorhanden ist ja weil so in der atmosphäre können die nicht brennen also kann es in dem sinne wenn du eine brandwaffe hast dann können sie nicht entzünden ja warum kaufst du immer das sonderangebot ich hab das nicht gekauft also das war wahrscheinlich von bei mir noch das letzte mal kann das natürlich ist ein ganz netter ist das und briggs sagt der typ gefällt mir ist ein netter ein neues level gleichzeitig neulinge welt all so töte feinde feinde durch tödliche treffer finde jemanden der den empfang der poster quittiert schließlich habe ich ja so eine art respektabler firma ja klar doll guck mal hey ein minion trap ach gottes will wie süß erstmal spielen stärker hat das geschützt im border als das geschützt im borderlands 2 ist wirklich nur so lange brauchbar wie es nicht stellt hat nein eigentlich ist es wirklich nur nützbar durch die nuklearexplosionen die dadurch ach ne ich finde ich nicht das ist so auch so ganz gut ja mittels und mit slack geschossen das wäre dann auch noch nötig ja ich finde aber die zwei stück sind aber auch gut also wir geben jetzt unsere schöne praktikantenarbeit ab ja ja klar warum muss ich ihnen das paket geben danke und jetzt schwer ab bei lunen cool jetzt leg ihn um der typ ist ein arschloch was ist da ausgezeichnet jetzt musst du nur noch die poster über das ganze schiff verteilen deadlifts männer werden zwar pausenlos versuchen dich umzulegen aber sollen sie ruhig ja du bist ja nicht hier mitten im gefecht dabei ja ich hab keine ahnung wie ich da hochkomme also kann man was von jump and run spiele gehört nein ich spiele kein rayman ach so ja das ist ja ok das ist rayman 3d halt hier hehehehe nein das müsste ich eben kurz nochmal mich skillen ja ja welcher gibt mir meinen freien weg zurück wir installieren 20 prozent kritischen treffer ach ja hast du denn was auf was gehst du denn ich auf alles was mich regenerieren lässt und den waffenschaden erhöht mehr mehr brauche ich nicht ja den rechten den rechten den rechten das ist der wo ich nicht ähm mit meinem action skill nicht genau zielen muss aber trotzdem ja ich hab dir gerade den ganz herrkern skill gehabt also zwei waffen und dann die ganze zeit schießen ja ich habe plötzlich angefangen zu schießen obwohl ich nichts gedrückt habe seitdem du dein skill gemacht hast jetzt ernst habt ja wahrscheinlich hat er mich auch beeinflusst ja könnte sein aber es ist irgendwie lustig ja ich weiß nicht ob ich das gut oder schlecht finde stört mich nicht irgendwann es könnte in manchen situationen nur money waste nicht sein ja wobei hat man beim ganzen herrken nicht unendlich money selbst wenn du ihnen dabei das brustbein mit kugeln durchsieben musst ja selbst im board 2 nicht du hast eine chance aber mit dem ganz herrkern die munition nicht zu verschwenden 15 prozent ich habe nicht vor zu sterben mein freund alter ich mag meinen action skill aber der hilft doch schon ein bisschen beim zielen ja das soll ja auch nützvoll sein ja ey ok mein aim ist gerade sehr super ja ich sehe das schon brauchst du Hilfe? nö nö ich komm schon ich hab eine herausforderung geschaffen mein gott er freut sich dass er eine herausforderung geschaffen hat ey furchteinflößend genug könnte ruhig noch mehr sein nur noch zwei und das war's ich bin dir sehr dankbar wenn ich das nicht so zeigen kann liegt das daran dass ich monatelang allein in der wilde ich sehe gut aus ich empfinde selbstwachtung echt fehler einheit entwickelt selbstbewusstsein ja ja bei claptrap oh fuck wie komm ich jetzt hier hoch war auch letztes mal bei mir so ein mega problem oh gott das klappt im leben nicht ich glaube ich brauche ein bisschen O2 ey du brauchst O2 ich dachte du brauchst keine O2 ja aber trotzdem wenn ich gleiten will oder einen Budslam machen möchte also dieses äh diese Puckbombe da ja nimm noch O3 das ist besser als O2 äh besser als O2 oder Stickstoff vielen Dank motivierendes Katzenposter du bist aber auch nicht übel die letzten Bilder waren überbelichtet deshalb habe ich stattdessen ein Katzenbild genommen Katzen mag jeder wie auch immer komm zurück ich mag Katzen ich liebe Katzen sogar ah ich nicht ich nicht warum denn das nicht Katzen sind mir zu miauig ja auch ich finde ich ist eine gute Begründung ja gut das ist zwei baum halt ne ja ja das denke ich mal ist äh nen quasi so ein so ein Argumentationsschluss der doch sehr sehr gut ist und der sehr viel Sinn ergibt ja ja klar und auch einer der immer sehr ähm bis zum Ende ey bis zum Ende was ja das sind halt so typische Sätze die man immer bis zum Ende ja ich wollte eigentlich mal kurz was schauen wenn du ein Mord denkst so so ja ich bin äh egal ich bin einmal außerdem oben an das Deadlift äh Schild gekommen dieses Deadschild ja dann wurde ich gegrillt ah aber nur irgendwie ist der zu klein aber müssen wir auch jetzt nicht versuchen glaub ich unbedingt ja ja folge die Stimme deines Herzens weil stopp mal ab müssen wir jetzt unbedingt direkt zurücklaufen oder können wir nicht hier auf fest erstmal machen und später abgeben ne ich will xp bekommen kleine xp ho ah ja das ist ein Rollenspiel da da sind xp das wichtigste gibt mir xp 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 das war nicht erwartet ja so dann lauf ja falls sowas in deinen Wortschatz vorhanden ist ja manchmal schon manchmal schon manchmal manchmal um ein bisschen ja so wir haben jetzt die Motivationsposter abgegeben ja das motiviert uns auf jeden Fall die Quest abzugeben auch ja ja klar so eine Motivationswelle kommt auf uns zu oh ja und generell währenddessen darf ich mal mein Echo oh aber sowas von oh ja ja ist doch kühl also ist auf jeden fall deutlich kälter als die temperaturen hier draußen sind bei uns also bei uns ist ja eigentlich immer ein bisschen kälter in meiner umgebung ja liegt daran dass ich nicht daran dass ich mein pc war ganze zeit laufen ab und auch noch extra die heizung auf fünf habe na ja klar klar machen wir alle wenn es draußen 30 grad ist gibt es noch nichts sinnvolleres als nichts medikett das könnt ihr euch in die benen aber kein medikett ich habe mal langweilig ich hatte eine karte ja sie starb ich dir noch mal eine und diese waffen jacobs waffen die sind gut macht jacobs waffen ja aber man muss immer bei vielen immer so schnell drücken wie man kann ich will eigentlich automatik waffen haben das stört mich nicht so lange sie schaden rausholen ist mir sehr geraden ja ne kannst ja auch einfach nein auf deinem makro gehen oder halt beim treiber deiner maus drückst du einmal ja ich weiß das habe ich sogar schon gemacht aber aber es ist mir trotzdem irgendwie zu ich weiß nicht außerdem haben die meistens zu wenig ja das habe ich tatsächlich nicht trotzdem haben wir das ist das problem auch selten elementar und das ist natürlich wirklich eher blöd na gut da ist mal die waren in dem sinne besser oder ich meine okay auf der schwierigkeit wie wir spielen ist jetzt elementar noch nicht absolut das wichtigste aber es kommt mit der zeit ich weiß ja kommt mit der zeit und alles geht mit der zeit sogar die folge kommt und geht mit der zeit war es eine anspielung ja ich denke schon gut dann bis zum nächsten mal von borderlands bis zum nächsten mal bei mir ist zu spät